Hallöchen, ein bisschen Hüpfen und Rennen gefällig? Dann ist Mario Maker 2 genau das Richtige für Sie. Moinsen, ich mal wieder. Ich hab mir das Hänge geschnappt, wir hatten ein bisschen Zeit, also dachte ich, ich hatte auch ein bisschen Zeit. Lasst uns doch mal ein bisschen Mario Maker spielen, weil davon kann man nie genug kriegen. Ich sag's euch, unendlicher Spielspaß. Mhm, noch nie war es so wahr. Ich wiederhole es gerne noch häufiger. Ja, ich hab mir ein paar Community-Level noch mal runtergeladen, weil da gibt's einen steten Strom von kreativen und spannenden und neuen Leveln. Also dachte ich, gucken wir da doch noch mal rein und spielen was. Ich hab hier einmal die Reihe Forgotten Cave. Da wurde gesagt, direkt ein extra Account gemacht, nur um seine Level einzureichen. Also insofern vielen Dank, immer gerne mehr. Wo das herkommt, schickt's mir zu und ich werd's spielen. Ob's auf dem Sender? Schauen wir dann mal. Aber lasst uns doch einfach mal rein starten. Forgotten Cave 1.1 von Lou & Me. Hallo, Chat. Schön, dass ihr auch da seid. Auf geht's. Wie immer spiel ich die Level natürlich komplett blind. Ich hab keine Ahnung, was kommt. Oh, siehst du? Oh, die scheinen ... Oh, das ist etwas knackiger. Okay, okay, okay. Ich muss erst mal wieder reinkommen. Es gibt ja auch kein Spin-Jump in 3D World. Das ist ... Das ist gemein. Okay, macht's euch gemütlich. Scheint, als würden wir etwas länger hier bleiben. Ich bin ja in letzter Zeit ein bisschen aus Mario Maker rausgekommen. Ich hab jetzt nämlich angefangen ... Super Mario World. Die Idee ist zumindest zu Speedrunnen. Jesus. Okay, was zum ... Okay. Wo geht's da wohl weiter? Aber wir schaffen schon mal den ersten Sprung. Das ist doch schon mal gut. Vielleicht auch nicht konsistent, aber hin und wieder. Wir bleiben dran. Okay, dann müsste man da. Dann kommt man bestimmt rechts hoch, wenn man da ein bisschen drauf rumhüftet. Äh, hüftet. Ihr wisst schon, was ich meine. So. So ungefähr. Und dann muss man da rauf bestimmt und dann geht's da rechts irgendwo weiter. Und dann geht's da runter. Okay, okay. In der Tat, Rageran. Ja, Super Mario World steuert sich dann echt ein bisschen komisch. Allein schon, dass der Spin-Jump ja beim ... auf dem Super Nintendo Controller auf dem A-Knopf liegt und bei Super Mario World Maker 2 auf den Schultertasten. Das ändert schon so viel. Ähm ... Wenn man ein paar Stunden ... gespielt hat, merkt man auch, warum sie's wohl geändert haben. Äh, ich frag mich, ob man da mit einem Stampfattacke runterkommt. Lass es mal ausprobieren. Ähm ... Also ich merk schon, äh, dadurch, dass ich gerade Super Mario World, wie gesagt, etwas mehr spiele. Hm, okay, da muss man dann bremsen, dann kommt man da rechts rein. Okay, machbar. Äh, genau. Wenn man Y gedrückt hält und B zum Springen benutzt, dann aber auch zwischendurch A drücken muss ... Ah, zu früh gestoppt. Da gibt's verschiedene Haltetechniken, glaub ich, um alle drei Knöpfe abzudecken. Meine tut ein bisschen weh, aber die hab ich mir als Kind bereits antrainiert. Deswegen ... Ah, shit. Nochmal rein. Das schaffen wir. Ach, nicht hoch genug. Nicht hoch genug. Okay, das ist die Level so, äh ... Ich dachte, wir machen jetzt ein bisschen Community Level, so für einen Einstieg, so ein bisschen ... zum Reinkommen einfaches. Und dann kommt direkt sowas. Das ist ja ... Mal schauen, lass uns mal schauen. Vielleicht ist ja da drüben doch noch was. Na, guck mal, versteckte Röhre mit Goombas. Gut. Ja, der Dengel, da hast du recht. Pathfinding ist hier jetzt nicht das Beste. Ein paar Indicators täten im Ganzen wahrscheinlich auch ganz gut. Schauen wir mal, ob man trotzdem hier rein kann, selbst wenn der Goombas rauskommt. Ja, das hilft wahrscheinlich nicht viel. Nee, tut's nicht. Gut. Ja, gut. Machen wir das nochmal. So. Zu spät gestoppt. Aber das ist machbar. Man sieht ja schon, ich finde das immer sehr lustig, wenn man den Progress sieht, ne? Also ich meine, die ersten drei Male dachte ich, okay, wie kommt man denn überhaupt diese Wand da rauf? Und dann hat man das innerhalb von fünf Versuchen, ist man dann konsistent schon mal hier. Deswegen macht mir das auch immer Spaß, anderen Leuten beim Ausprobieren zuzuschauen. Progress. Progress. Wir schaffen das noch. Ich meine, der Slot geht anderthalb Stunden und wenn wir dann nur dieses eine Level spielen, dann ist das halt so. Wäre schade. Ich habe nämlich noch ein paar andere Level. Aber im Zweifel. Könnt ihr mal schauen, was ihr dazu sagt. Aber erstmal machen wir ja noch steten Progress. Mein Gott. Ach, die kann man nicht mit Stampfattacke kaputt machen. Das ist, äh, interessant. Und dann noch zwischendurch auf den Chat schauen. Hier wird mir alles abverlangt. Ne, diesen, äh, den Keranos, diesen Wechsel habe ich noch nicht ganz drin. Das ist ein Timing, das muss ich mir noch antrainieren. Äh, also ich kann ein-, zweimal stoppen, aber dieses wirklich langsam fallen ist es bei mir noch nicht. Zu spät gedrückt. Ne, das ist nicht, äh, wie der Propeller. Der Propeller ist, äh, ist einfach nur ein bisschen mehr gleiten. Sondern man kann die Stampfattacke machen und direkt wieder canceln. Und dann wieder das, was ich da gerade versucht habe zu machen. Machst die Stampfattacke, stoppst die Stampfattacke, stoppst. Dadurch fällst du wesentlich langsamer. Das muss man aber wirklich in einem bestimmten Rhythmus machen, um wirklich langsam zu fallen. So. Einen Sprung weiter als letztes Mal. Ja, ich glaube, man soll eigentlich auch runtersliden, aber ich glaube, dass das, äh, ehrlich gesagt, schwieriger ist als das, was ich mache. Weil das Timing da zu bekommen und nicht hoch genug zu hüpfen und das ist immer so ein bisschen, die Lücken erscheinen mir da recht klein. Und dafür läuft das hier doch eigentlich mittlerweile ganz gut. Immer ein Stückchen weiter. Die Frage ist nur, wie viel Level nach diesem Ding da noch kommt. Ob es irgendwann mal ein Checkpoint gibt. Ah. Knapp. Ich sehe da vor allen Dingen gerade schon, wenn man da weiter hochkommt, ist da dieser Donut. Ich glaube, da muss man sich entscheiden, ob man rechts danach runter geht oder mit dem Donut runter. Hm. Ich tendiere ja erst mal zum Donut, aber ich weiß ja nicht, was ihr dazu sagen würdet. Das war wieder zu früh. Ohoho. He, he, zu schnell. Ja, zu schnell. Das ist das Ding, wenn man zu viele, äh, wirklich guten Mario-Maker-Spieler beobachtet, dann hat man auch das Gefühl, man kann das Ding wirklich, äh, einfach so wegrocken. Und dann guckt man immer nach Speedstrats. so okay okay dann probieren wir das doch mal aus checkpoint läuft das kann man ein bisschen langsamer machen läuft okay der hätte mich fast erwischt muss man jetzt da die röhre runter oder das sieht doch mehr danach aus alles machbar alles machbar so zweite hälfte scheint ein bisschen leichter zu sein und auch bestimmt wieder einer runter haha diesmal nicht läuft ja die erste hälfte war wesentlich schwieriger als die zweite hälfte finde ich aber an sich ein sehr cooles level doch doch hat spaß gemacht also wem so was spaß macht gut jetzt machen vielleicht mal etwas nehmen wir fast an die anderen sind genauso krass oh ja ein walkthrough 0,37 prozent wäre das nächste von ihm kommen wir vielleicht später hin ich habe ja noch ein paar andere wie wäre es denn mit wüste und münzeart ist auch aus dem forum kann es nur empfehlen geht ins forum im mario maker 2 thread ganz viele geile level für alle schwierigkeitsgrade inklusive kaizo level und was weiß ich sammle mindestens 121 münzen sind zumindest nicht alle münzen das scheint auf jeden fall auch ein bisschen entspannter zu sein als das letzte level das macht es natürlich nicht einfacher wenn die blöcke weg sind aber es ist machbar behaupte ich oder auch nicht warte mal bis wir rauskommen vielleicht kann ich über die drüber hüpfen so muss das schade aber kein wein auch nein alles machbar alles machbar das neue mario genauso schwammig wie die alten ja anders man muss echt sagen dass sie alle ihre eigenheiten haben jedes mario steuert sich ein bisschen eigen und für mario maker haben sie es jetzt ein bisschen angeglichen würde ich behaupten aber es ist auch schon wirklich ein unterschied wenn man ob man jetzt mario maker spielt oder die originale also wie gesagt ich spiel gerade wieder das original super mario world das spielt sich den wollte ich nicht treten das spielt sich wirklich komplett anders also die die steuerung da muss man sich echt ein bisschen wieder umgewöhnen weil das timing anderes ist ich habe auch das gefühl das war jetzt meine erste schwierigkeit muss ich sagen dass die dauer bis man die speed aufbaut ist glaube ich bei mario maker ein bisschen schneller als im original das ist gerade bei meiner crux level gerade joshis island 2 echt tricky da sind doch bestimmt wieder münzen und die brauchen wir chris kaiser level jain noch nicht so richtig ich glaube die grenzen sind da ja scheiße fließen deswegen ich versuche da gerade so ein bisschen rein zu kommen hatte da so ein bisschen trainiert habe das gerade wieder ein bisschen für die speedruns vernachlässigt kann man fast sagen ich will ich will die tiere in kaiser level sagen wir so ein paar sachen kann ich machen vielleicht kommen wir später auch noch dazu ich habe noch eins runtergeladen aus der community was kaiser so leid heißt was auch immer das nachher bedeutet wird sich dann herausstellen ich sollte diesen fragezeichen blöcken nicht mehr trauen jetzt wollte ich gerade stammt attacke machen was natürlich schwachsinn ist aber alles machbar das ist ein gutes level fließt echt gut vor sich hin hatten schwierigkeitsgrad man hat was zu tun was zu sammeln und das obwohl ich mario 3 gar nicht so sehr mag also ich finde echt man darf das ja fast nicht sagen aber ich würde fast behaupten dass mario 3 meinen dass ich mario brothers 3 am wenigsten mag von den mario spielen steinigt mich aber so ist es halt daga ran ja ich lass beim nächsten level kurz stehen die stehen ja immer wenn man startet im startbildschirm dann könnt ihr auch mitspielen wenn ihr wollt weil ihr mir nur die rekorde streitig machen wollt schnell vor mir noch das level durchspielen damit dann der rekord nicht bei mir ist so jetzt wird es langsam knapp mal schauen was hier noch so nach das wird eng mit den münzen so ach guck mal da 20 münzen wird eng ja was soll man die jetzt noch hernehmen ach beim level start ist mein bild darüber ja das ist natürlich schwierig dann mit den level codes aber wo kriegt man jetzt noch münzen her die vielleicht fliegen sollen schauen wir mal ob wir noch was verstecktes finden für gleich wie sieht es eigentlich hier unten aus auch nicht viel ja zeit vorbei viel glück beim nächsten mal versuchen wir das ganze noch einmal versuchen wir das ganze noch einmal ihr habt nichts gesehen die pflanze ging noch höher meinst du da oben sind noch mehr müssen versteckt ich hatte ja das gefühl dass ich schon am am bildrand war als ich da über die schildkröten gehüpft bin aber wir können da gerne noch mal nachschauen kommen da ja noch mal vorbei es war natürlich mit dem p switch auch ein bisschen dumm ich weiß nicht wie viele münzen das waren aber die ganzen blöcke die ich da kaputt gemacht habe sind ja auch alles münzen und weiter geht's ja links nach oben fliegen wäre dann auch noch die letzte wenn ich wenn ich nichts mehr finde dann werde ich irgendwo durch die gegend fliegen und schauen was da noch so versteckt ist diese notenblöcke sind übrigens sehr tricky falls ihr das noch nicht wusstet wie viele stunden ich mario insgesamt gespielt habe dass ich weiß nicht wie ich das also ich denke super mario world ist definitiv eins meiner am meist gespielten level überhaupt spiele überhaupt weil ich das super nintendo war meine erste konsole nach guck mal was haben wir denn hier aha guck mal super nintendo meine erste konsole und man hatte ja früher nichts also hat man jetzt auch nicht so viele spiele gehabt und dementsprechend habe ich wenn ich nichts anderes zu spielen hätte halt nochmal super mario gespielt deswegen super mario world jetzt bin ich abgestützt ich hoffe da kommt man wieder scheiße das sieht nicht gut aus kommt man hier noch wieder hoch schaffen wir das wir werden sehen ach guck mal alles machbar ja super mario world eine der schönsten kindheitserbergen kann ich auch nur so bestätigen deswegen ich habe super mario world zur vergasung gespielt und wie gesagt jetzt gerade fange ich halt wieder an super mario world auch noch als speedrun zu machen also ich weiß nicht wie viele hunderte stunden ich schon im mario world alleine gepackt habe deswegen dann kommt mario maker dazu was ich jetzt dieses jahr allein schon wieder sehr viel gespielt habe so und dann habe ich alle anderen natürlich auch mindestens einmal gespielt durchgespielt wäre jetzt zu viel gesagt weil ich glaube nicht alle durchgespielt zu haben also mario 3 zum beispiel habe ich na gut mario allstars für den super super nintendo hatte ich natürlich auch viel hatte ich auch und habe da auch sehr viel gespielt dann noch die ganzen 3d marios also mario 64 wie viel zeit ich da auch mit verbracht habe weil mario 64 war es natürlich ein ähnliches spiel man hatte ja nicht viel also im zweifel hat man halt nochmal super mario 64 reingeworfen weil es halt auch so geil ist und gar nicht altert wie wir alle wissen nein okay das war dumm aber vielleicht ist es noch machbar da oben war noch neun münzen eine münze es war so klar vielleicht kann ich den p-switch respawnen wenn ich da war in dem fragezeichen drin na jetzt gucken wir noch mal ob oben auf der pflanze vielleicht ob wir da noch was finden ja genau mario 64 wie gesagt auch sehr viel gespielt dann aber auch als der gamecube kam war das erste spiel natürlich super mario sunshine also habe ich das auch viel gespielt und siehst du hier oben ist nichts mehr so wo kriegen wir jetzt noch diese eine münze her ist da vielleicht in den blöcken noch eine versteckt glaubt ja nicht dran aber jetzt bin ich soft lockt oder komme ich da oben drüber cool diese eine münze mein untergang na gut versuchen wir es nochmal genau was kam dann danach ich meine dann kam mario galaxy ich meine das haben wir auch alle geliebt das ist auch eines der besten spieler aller zeiten beide teile habe ich auch auf jeden die habe ich auch komplett gespielt da habe ich alle 240 geholt weil wenn 120 looms hast ne looms ist bei rayman shines waren es bei wie hießen sie denn bei galaxy shines waren es bei mario sunshine monde sind jetzt bei odyssey die looms naja aber der wenn man 120 gesammelt hat dann kommt dann ja kann man das ganze spiel ja nochmal mit luigi durchspielen und nochmal 120 sammeln und dann kriegt man jeweils nochmal ein bonus level also die 242 wenn ich mich nicht irre habe ich alle geholt auf jeden fall ja dann die spiele auf den handhelds habe ich auch ein bisschen gespielt nicht alle also super mario new super mario land heißt es ja glaube ich das habe ich auch gespielt die new super mario bros habe ich noch nicht gespielt also view habe ich ausgesetzt deswegen gut dann aber noch mario odyssey natürlich auch wieder einige stunden eingepackt um es durchzuspielen da fehlt mir auch noch so dark side of the moon und sowas steht alles noch an muss ich noch machen also insofern die frage wie viel zeit ich mit mario verbracht habe in meinem leben ist nicht so einfach zu beantworten als serie ist es definitiv die serie die ich am meisten gespielt habe in meinem leben also ein paar tausende stunden sicherlich und als einzelspiel wie gesagt super mario world super mario world und wer hat das vorhin gefragt ja ich würde erstmal ich trainiere gerade 11 exit weil das glaube ich ein ganz guter einstieg ist da kommt dann da kann man von da aus dann aufbauen 11 exit ist so schön das dauert nur eine viertelstunde als run die steuerung habe ich schon drauf ja wahrscheinlich werde ich dann irgendwann mal 96 exit ausprobieren und ansonsten geistert er auch schon die ganze zeit in meinem kopf rum ob ich nicht vielleicht mal hier dann super mario world 100 prozent let's play hinlege das dürfte nämlich eigentlich gar nicht so lange dauern weil ich die level eigentlich ganz gut kenne und weiß wo die ausgänge sind da ist nicht viel lange suchen also insofern ich weiß nicht ob da 23 vielleicht vier ready player two slots ist es ich habe schon wieder gemacht das ist doch dumm das ist okay wenn ich jetzt wenn jetzt wieder eine münze fehlt dann werde ich dieses level noch einmal nachholen ich werde es euch jetzt nicht nochmal vorspielen ja diesmal fehlen zwei münzen immerhin so jetzt fliege ich erstmal das ich wollte es nur loslassen und dann tritt er das halt automatisch so jetzt schauen wir noch mal ob hier oben links vielleicht noch irgendwas ist ach da war ich ja vorhin schon ne ok wo sind denn noch fragezeichen blöcke übrig liebe skyline liebe skyline die da weil das ist ein goomba unten oder ist noch ein den habe ich noch nicht das stimmt aber da war ein pilz drin in dem anderen ist ein goomba und eine rote schildkröte die bringen auch keine münzen deswegen ich kann jetzt oben links noch mal schauen da ist noch ein fragezeichen das ist noch eine münze da ist auch nichts am anfang vom level na gut ich habe ja sonst nichts zu tun ist ja noch zeit das schaffen wir noch vielleicht ist hier eine drin yes so freunde jetzt nur noch ins ziel laufen nicht soft locken und dann schaffen wir das alles machbar alles drin so die schildkröten wieder da in diesem verkehr aber hier drüber die pflanze aber ein sehr gutes level ich mag das team ich weiß nicht ob man ich finde die münzen vielleicht einen tacken zu sehr versteckt oder vereinzelt dafür dass man halt alle sammeln muss also fast alle so gg läuft so alles machbar wer den wüstenthaler verwehrt wird keinen sieg erringen aber du hast recht die level codes sind hier gar nicht ja aber dann werde ich sie denen jetzt einblenden also hier habt ihr einmal den level code falls ihr das wüste und münzsaat level von papier jeff noch spielen möchtet hier wäre der level code die alle notiert pause gemacht sehr gut geht es weiter ein level schaffen wir noch schnell würde ich sagen wolkis auf eis auch von paper jeff sehr schwierig auch wieder münzen sammeln vielleicht sechs versuche noch nicht geschafft ah die sind alle so tricky na gut versuchen es einmal wir schauen mal in 1 rein ach guck mal die habe ich auch noch wie wäre es denn dann mit to view 1 1 traditionelles jump run das kriegt gutes schaffen wir doch vor der werbung super mario wald bin ich auch am besten drin das machen wir jetzt noch das war zu knapp ja capri da hast du schon was gesehen ich habe sie mal runtergeladen wenn wir noch dazu kommen 1 2 davon habe ich auch schon gespielt von den agdq leveln aber sonst wollte ich da vielleicht gleich noch ein kleines showcase machen ich glaube nicht dass ich sie das war weil ich abgelenkt war nichts falsches denken die schaffe ich noch nicht alle ich weiß ich habe es jetzt 1 geschafft aber auch erst 1 versucht oder 2 versucht insofern aber wenn ihr bock habt können wir da gleich einmal reinschauen auch übrigens nicht wundern für die leute dessen level ich spiele dass danach nicht steht Matthias hat es durchgespielt ich habe das ich habe gerade die switch von sarah die sie mir gerade dankbarerweise ausgeliehen hat ich meine nämlich zu hause gelassen wie gesagt dieser ganze slot ist etwas spontan entstanden ach guck mal hier über den wolken da geht es bestimmt runter sehr röhrenlastig das wäre fast ins auge gegangen also ich mag ja super mario wald wirklich am liebsten aber ich finde das goomba design in super mario world ist jetzt nicht so geil also ich finde die also sie haben was eigenes aber es sind für mich hat keine guten bars das sowie goombrats sind halt so ein bisschen was eigenes ist es nicht genau das gleiche ein sehr schönes klatsches jump and run level ja ich habe bestimmt noch nicht alles gesehen weil ich die röhre genommen habe aber falls ihr es auch spielen möchtet wo mir wird sich freuen hier ist der level code genau wir machen jetzt auch ein kleines bisschen werbung und wenn wir zurückkommen gucken uns vielleicht noch ein zwei community level an und vielleicht schauen wir auch noch mal in die hdq level rein die sind nämlich sehr sehr geil aber auch sehr schwer aber insofern bis gleich da sind wir auch schon wieder das war eine kurze werbung und wir machen direkt weiter mario maker 2 bietet so viel da muss man direkt wieder reinspringen ja ich habe gerade vergessen den level code vor dem level zu zeigen es tut mir leid trage ran aber dieses mal darfst du ihn vorher sehen 5xd 91r jmf chefs tales 1.0 von sarion probieren wir das doch mal aus dann kannst du gleichzeitig mitspielen hallo deshi so das geht gut los simi level codes einreichen am besten im forum okay das ist ein bisschen schwieriger ich glaube ich brauche ein bisschen mehr konzentration am besten ins rocket games forum im super mario maker 2 thread da ist die chance sehr hoch dass sie gespielt werden ansonsten kannst du mir auch direkt schicken irgendwie wo auch immer ihr mich erreichen wollt oder jetzt so in die rührung rein okay schlüssel alles machbar ein bisschen warten aber nicht zu weit das war zu weit ich muss ja sagen eins meiner lieblingsfeature von vom super mario maker ist diese ganze verschiedene musik mal die hier super mario galaxy musik oder wenn dann wieder super mario kart läuft mag ich sehr gern ach so jetzt wäre ich fast reingelaufen weil der chat mich wieder abgelenkt hat mensch chat so safety variante me mode me mode glaube ich am besten direkt an wird ich weiß aber auch gar nicht ob da demnächst noch mal super mario maker geplant ist also den vielleicht beim sonst im forum in wird schreiben der hat der sitzt da glaube ich drauf und kann da am ehesten was sagen was dabei wieder geplant ist ach der magier in seinem turm das ist okay chat ich verzeihe euch dass ihr mich abgelenkt habt das ist das ist okay okay so zwei schlüssel reicht zwei schlüssel oder sind es noch mehr was meint ihr scheint soll es weitergehen ein neues mario beziehungsweise remake dieses jahr ich glaube nicht odyssey ist schon riesig und groß okay das so ein yolo jump ne sollen wir es riskieren ich guck jetzt nochmal ob man in die röhre reinkommt äh neues vollwertiges mario glaube ich nicht gerade weil jetzt auch mario maker das geht noch so steil da kam ja gerade erst im dezember das äh diesen update ach guck mal eine straße ein haus ein auto ach das ist eine lok äh mario maker geht noch so ab im dezember dieses update war schon echt groß ach kacke ne deswegen glaube ich nicht dass nintendo da erstmal was raus bringt die sollen sich auch erstmal schön an breath of the wild 2 und äh metroid 4 setzen und das erstmal fertig machen ja nice das war doch ein schönes level und ich hoffe ihr konntet mitspielen mit dem ganzen item sammeln bekommt das game plötzlich so einen leichten adventure touch ja ja auf jeden fall hier nochmal die id kurz für die leute die danach nochmal wollen war das ein schönes level ansonsten dachte ich gucken wir noch hier sunny star coins hab ich mir gesagt das haben auch schon einige leute gespielt äh scheint auch nicht allzu anspruchsvoll zu sein also 25% abschlussrate für meine zwecke nicht zu anspruchsvoll die updates bei super mario maker super langsam ähm wie man es nimmt also ich würde es jetzt fast man kann es ja quasi als dlc sehen ähm weil das ja einiges neu gemacht hat und dann so ein dlc in einem halben jahr mit äh wirklich so vielen neuen funktionen finde ich eigentlich voll okay und es war ja auch kostenfrei also das ist wirklich ein riesen update gewesen die andere richtung so deswegen also ja in kurzform ich glaube nicht dass da dieses jahr was großes neues von mario rauskommt ich könnte mir vorstellen dass sie noch ein oder zwei äh mario maker updates bringen neue ähm mit ja vielleicht noch anderen charakteren außer link was auch immer sie da sich noch einfallen lassen du hast das äh welborn warrior das joshis island zurückkommt ja äh ja doch joshis island habe ich auch sehr viel gespielt das stimmt die habe ich gerade bei der aufzählung natürlich vergessen die haben auch sehr viel spaß gemacht ähm waren aber auch bockschwer eigentlich also die äh ich fand die hatten sehr guten Schwierigkeits äh grad weil die auf der einen seite waren die so eigentlich ganz cool durchzuspielen gegen ende wurde es schon knackig also ich weiß die letzten endbosse und so da habe ich auch bestimmt länger dran gesessen damals aber ähm ich wollte dann eigentlich auch immer auf 100% gehen und ich weiß wie oft ich das angefangen habe zu machen 100% bei ähm joshis island aber ich habe es nie geschafft weil die dann doch sehr tricky waren immer die ganzen blumen und so das war schon knackig da guck ich mir auch sehr gerne speedruns von an weil das ja echt so so viel zu machen gibt so jetzt müssen wir noch die letzte Münze finden wo könnte die denn wohl sein wo könnte die denn wohl sein wo haben wir die Münze verpasst wo ist denn die dritte Münze wo ist denn die dritte Münze oh na das vergesse ich immer dass man die nicht äh hier wollte ich noch runden gucken ob hier was ist ach da ist sie ich vergesse immer dass die Schildkröten wieder rauskommen und gerade bei Super Mario 3 dann kann man die halt auch nicht rauskicken wie bei Super Mario World nachher die Sonne die Sonne habe ich auch damals immer gehasst einer der Gründe warum ich Super Mario 3 nicht so mag ist diese Kack Sonne ganzen Wüsten Level die zweite Welt wo die Sonne über ist es ging mir so auf die Nerven das Ding ist wenn man jetzt heute sogar sieht und man sieht dass sie echt nur diesen Bogen macht und einen nicht trefft wenn man stehen bleibt verstehe ich gar nicht wie man damals so Panik davor haben konnte aber ihr wisst was ich meine man kann die das gesehen ich habe die Sonne mit einem Panzer gerade erwischt dieser Schrecken von der Sonne damals ist heute echt nicht mehr da schade achso die dritte Münze hätte ich fast vergessen das ist sehr gut sehr gut ich gehe zwar eher mit dem Dark Souls Original aber ja Pray to the sun du 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 passt cooles Level dass ich die ein münster auch nicht direkt gefunden habe ist schon nett war jetzt aber nicht groß versteckt hab ich die id eingeblendet ich ist darf ich die id eingeblendet bevor ich gespielt habe Sonst tut's mir leid. Aber hier ist sie dann nochmal. Zum Nachspielen, wenn ihr möchtet. Kataru wird sich freuen. Ansonsten würde ich jetzt sagen, spielen wir noch ein Level von Jurymo. Der hat nämlich auch noch ein paar Level eingereicht. Und dann habe ich, glaube ich, erstmal alle Leute, die ich vorbereitet habe, zumindest ein Level gespielt. Das ist, glaube ich, auch wieder ein bisschen schwieriger. Und wenn wir damit durch sind, dann können wir mal in die AGDQ-Level reingucken. Und schauen, wie viel ich da gebacken bekomme. Alter, okay. Ja, das ist eine andere Qualität von Leveln. Schauen wir mal, ob ich das hinkriege. Mhm, 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 mhm. Da muss man dann, mhm, okay. Hier ist die ID auch nicht zu sehen. Ja, ich habe die ID schon wieder vergessen. Trage ran, es tut mir sehr leid. Pausenmenü ist hier auch nicht zu sehen. Ihr seht sie hier hinterher. Es tut mir, äh, es tut mir leid. Das könnte auch wieder einen Tacken länger dauern. Aber alles machbar. Wie man sieht, es ist ja nicht ungelöst, ne? Insofern ist es machbar. Ich hoffe, man braucht die Schädel nicht nochmal. Got'em. Rhythmus-Level? Haa, wird schwierig. Äh, ist ja nicht wirklich in einem Rhythmus durchzuspielen. Öh, okay, hörte. Wie kommt man denn? Ah, okay, mit Walljump oder was? Sehr eng. Sehr eng. Aber dann haben wir ja schon mal, also so lang kann das Level ja gar nicht mehr sein. Ich meine, ah shit. Dann haben wir ja schon, wenn da oben die Münze ist, haben wir schon drei von vieren. Wer weiß, wie weit das noch geht. Ich hoffe nur, dass die Münzen auch mandatory sind. Dammit! So. Ey, solange man die Schädel nachher nicht nochmal braucht, ist alles okay. Weil dann, äh, das wäre ein bisschen so schnell dadurch, dass man die Schädel später nochmal einsetzt. Dann haben wir ein Problem. Dann übersteigt das meine Qualitäten, sie in diesem Zeitslot zu. Okay, das war nicht geplant und immer noch sehr tödlich, aber man könnte meinen, es wäre Absicht gewesen. Das Timing ist aber auch schwierig, die Lücke zu finden, wo gerade beide aufhören. Ach! Dann schauen wir erst mal, was hier ist. Okay, Sackgasse. Gut. Oh no! Ach, diese halben Jumps ohne dran zu kommen. Tricky. Ach man! Das Timing ist sehr schwer. Ich versuch's mal noch so, keine Ahnung. Wir versuchen mal noch ein bisschen. Ich mein, wenn man nicht eine gewisse Art von Ehrgeiz entwickelt bei diesem Spiel und ein bisschen Durchhaltevermögen, dann ist das vielleicht auch nicht wirklich ein Spiel für jemanden. Das braucht man schon. Weil der Spaß entwickelt sich ja erst auch dadurch, dass man Sachen schafft, von denen man echt nie gedacht hätte, dass man sie schaffen kann. So ungefähr. Ach so, und da ist der on-off-Switch. Okay. Nicht zu früh. Dann geht das alles. Okay, da geht's doch weiter. Knapp! Aber machbar. Wie man sieht, man muss sich nur ein bisschen rein... Ich mein, wie lange wir sitzen jetzt hier dran? Fünf Minuten? Und man macht schon einen Fortschritt. Fortschritt. Und solange man Progress macht in regelmäßigen Abständen, finde ich das immer ganz gut. Ja, Schmolex, noch 30 Minuten. Alles drin. Das finde ich allerdings nicht so cool, wenn man so lange warten muss. Also wenn, dann soll's... Also man muss jetzt auch nicht gehetzt sein, aber dieses einfach nur warten, um das Wartens willen, ist irgendwie... dann auch lame. Ach guck mal, wenn man sie direkt erwischt. Uh, ah. Das war unerwartet. Aber da war ein Checkpoint, wenn ich mich nicht irre. Ist halt kein Dark Souls. Yep. Dark Souls können wir aber von mir aus auch mal spielen. Also Dark Souls mach ich euch auch. Kein Problem. So, wenn ich das in der Beschreibung richtig gelesen habe, muss man diesen Bansai-Bill irgendwie verfolgen. Schauen wir mal. Okay, nach links geht das... Ah, alles, alles machbar. Alles machbar. Nach der Sonne muss man ja auch, glaube ich, sagen, sind Hammerwerfer die schlimmsten Gegner in Mario, oder? Können ihr einen kleinen Vote starten? Was sagt ihr denn so? Was ist wohl der schlimmste Mario-Gegner? Also wenn man jetzt einfach die Items nimmt, muss ich sagen, finde ich ja die ganz neuen, die Blowy-Joey's, die finde ich wirklich nervig, weil man die auch überhaupt nicht kontrollieren kann und die sind so super random. Aber so von den Gegnern her, aber so von den Gegnern her, ey, Hammer Bros, das wird doch wieder nix. Hammerwerfer, ja, da hab ich mir gedacht, Leute. Genau. Manche sind ja, ja, manche sind ja eigentlich mehr Hindernis. Die seh ich fast nicht als Gegner an. Ich mein, ach Mann. Joshi's Island zählt auch. Ja, Joshi's Island, ich mein, das hieß Super Mario World 2 offiziell insofern. Das geht doch nicht nach hinten. So, und dann hätte doch... Dann ist nur die Frage, ob man da rüberspringen muss oder ob man da schon im Bann sein will. Aber Progress, wir haben's das erste Mal über den Hammerwerfer geschafft. So, und jetzt. Fließbänder sind auch fies. Blowy-Joey, ja, Fort Knox, das sind diese... Ich bin mir gar nicht sicher, ob das der offizielle Name ist, aber diese Wirbelstürme. Oh, ich hoffe, dass man... Alter, okay. Aber da ist das Ende. Ich glaube, dann soll man die Bannsäubilder einsetzen. Schauen wir mal. Ach, dieses Sägeblatt hat mich aber auch... Aber machbar, machbar, machbar. Wir schaffen das noch, wir schaffen das noch. Bleib dran. Das war zu weit güpft. Piccolo, ja, Goombas, äh, unterschätzt man häufig. Das ist in der Tat so. Da denkt man so, ach ja, Goombas, das ist ja dann... Und dann läuft man dann doch wieder rein. Ich hab ja auch irgendwann mal die Theorie, äh, gehört, dass ja der Goomba, der allererste Goomba von Super Mario... Wieso bin ich da gehüpft? Super Mario Bros. 1. Der allererste Goomba, dass der so viele Spielerleben auf dem Gewissen hat wie kein anderer Gegner. Weil so viele Leute dieses Super Mario Bros. 1 in der Hand hatten und noch keine Ahnung von Videospielen hatten und auch nicht wussten, wie springen geht. Und es gab ja auch nicht wirklich eine Anleitung. Also es gab bestimmt eine Anleitung, aber da liest sich das denn so durch. Ähm... Und dementsprechend sind da sehr viele Leute reingelaufen. Und das würde ich, äh, finde ich, halte ich für eine kluge Theorie. Goomba sind Verräter-Toads. Oh, das ist eine Theorie. Gibt's... Es gibt, glaube ich, keine Kanon-Erklärung, was Goombas sind, oder? Ja. Ach, im Bowser kommt er auch noch. Ja, natürlich. Äh, Skyline, ja, das hab ich gerade noch gesehen. Skyline Super Mario Bros. 1 ist das selber die Erklärung, äh... Selber schon die Anleitung ist das erste Level. Korrekt. Da hab ich auch diverse YouTube-Videos, Tutorials und Erklärungen zugesehen, wie großartig der Anfang Super Mario Bros. 1 designed ist. Um wirklich Leuten klarzumachen, wie man das Spiel spielt. Ohne, dass man eine Sekunde irgendwas gelesen haben muss. Das ist wirklich, äh, wahr. Das ist eine, eine Meisterleistung von Design. Dann gehen wir einfach hier hin. So! Läuft doch. Dann braucht man den Bansai-Wil gar nicht wirklich. Man kann ja nicht so rüberhören. Aber wir haben's geschafft, siehste. Hat keine zehn Minuten gehauen. Und ihr dachtet schon, wir kriegen das nie hin. Da! Sorry, Verspätung. Hier ist die Level-ID. 260 9VYGVF. So, erstmal wieder loszuholen. Cool! So, und wenn ihr jetzt Lust habt, würde ich ein bisschen in die AGDQ-Level reingucken. Ich weiß, also das Zelda-Level ist definitiv immer meiner, äh, Gehaltszeit. Gerade eins ist ein Koop-Level, das machen wir nicht. Insofern fangen wir doch einfach mal hier vorne an. Die Spooky-Ghost-Hot-Tab. Ich hab an die Level-ID gedacht. Bist du stolz auf mich? Dankeschön. Äh, QH7, 8HX, HGF. Die findet ihr aber auch so. Also da findet man ja alle möglichen Level-Codes online. Und die sind in der Tat auch schwer. Aber auch richtig gut designt. Die sind wirklich gut. Wer's noch nicht getan hat, äh, kann ich sehr empfehlen, sich den Relay-Run von AGDQ anzusehen von 2020. Auch den von letztem Jahr. Die sind alle gut. Dieses Level ist in der Tat das, was ich sogar schon, äh, geschafft habe. Wobei das jetzt auch schon wieder, wann hab ich das gespielt? Am Tag nachdem der Relay-Run war. insofern weiß ich gar nicht mehr, was da noch so kommt. Also ich weiß, die zweite Hälfte war wesentlich schwieriger als die erste Hälfte. Wobei der hier, ja, das hier etwas tricky ist. Aber first try. Danke, 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 danke. Gut, jetzt kommt der schwierige Teil. Jetzt gibst du mir auch noch vorne ein paar Geister. Yay! Und ich weiß, die schwierigste Stelle kommt gleich, wenn man auf dieses Skelett Schildkröte und hier drüber jonglieren, das ist das schwerste. Aber wir haben ja ein Checkpoint. Alles machbar. Ich bin mal gespannt, ob ich jetzt für dieses Level hier länger brauche oder für das davor. Oh, der ist auch ein bisschen tricky, aber alles im Rahmen, wenn man hier hüpft. Schneller. Schneller. Machen wir. Peter Lustig, wer oder was ist AGDQ? Also, falls ihr nicht im Speedrun Game drin seid, weil wenn man nach Speedrun sucht, ist es so ziemlich den zweiten Link, den man immer findet, ein AGDQ oder GDQ-Link generell. Es gibt den Twitch-Kanal Games Done Quick. Die haben vor mittlerweile zehn Jahren angefangen, ein Events zu starten, wo sie Speedrun after Speedrun, Speedrun nach Speedrun zeigen für 24 Stunden. Sieben Tage lang, also eine ganze Woche. Dabei kann man spenden, werden gesammelt für einen guten Zweck. und das findet mittlerweile zweimal im Jahr statt. SGDQ im Sommer für Summer Games Done Quick und AGDQ für Awesome Games Done Quick im Januar. Und das war gerade im Januar vor drei Wochen. Genau. Und da gab es als ein Wettrennen, das war das sogenannte Super Mario Maker Relay Race. Da hatten sie acht Leute, die sehr gut Super Mario Maker 2 spielen können, die dann Level vorgesetzt bekommen haben, die sie vorher noch nicht gesehen hätten und dann um die Wette gespielt haben, wer sie schneller durchkriegt. Und dies hier ist eins davon. sooo, abpipen. Ah. Ha. Ha. Das war knapp. Das war noch nicht mal die Abpipen. Die Abpipen ist nämlich auch tricky, aber naja, da kommen wir gleich noch zu. Das wird bestimmt gleich noch spaßig. Äh, genau. Ja, mich wundert auch immer, dass es immer noch Leute gibt, die AGDQ oder SGDQ noch nicht kennen, weil es halt mittlerweile echt riesig ist. Also die haben im Laufe der zehn Jahre jetzt 25 Millionen Dollar für den guten Zweck bereits gesammelt und das läuft halt immer. Man kommt da eigentlich kaum dran vorbei, aber wenn man halt nicht so Speedrun-affin ist oder da irgendwie kein Interesse dran hat, dann kann das anscheinend doch an einem vorbeigehen. Genau, Wellborn Warrior. Wer mit Speedruns nichts am Hut hat, aber ich, also keine Ahnung, wer mit Videospielen dann was am Hut hat, ich weiß nicht, so YouTube-Videos, so wer kann das am schnellsten durchspielen oder so da, also ich glaube, das ist so ein natürliche, natürliches Ding, wie man so drauf stößt. Selbst wenn man nicht weiß, was Speedruns an sich sind, dass man irgendwie guckt, so wer kann das am schnellsten durchspielen, fand ich schon spannend, bevor ich wusste, was Speedruns sind. soo, 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 und hier noch der kleine Troll. Dankeschön. Digga MC, wie sie das mit den Geistern gemacht haben, also ich denke, das wird ein Mancha sein, ganz unten, und darauf ein ganzer Stapel von Geistern, die sich dann nicht vom Mancha runter bewegen. Wenn man Items auf dem Mancha platziert, bewegen die sich nicht. Und dann wird unten wahrscheinlich ein Fließband sein, in der Lava versteckt. Man kann die Lava ja auch anhelfen von Level, insofern ist da unten vielleicht nicht die Levelgrenze, sondern ein bisschen höher gebaut. Und dann ist der Mancha auf dem Fließband, das heißt, dementsprechend bewegen sie sich dann. So erkläre ich mir das. Ich hab's aber nicht, ich bin nicht der Levelbauer. Ich kann's auch nur so vom, vom, vom Zuschauen sagen. Hier wäre der Levelcoach für das nächste. All Goombreads do quarrel. Das hab ich, wie gesagt, auch noch nicht gespielt. Äh, schauen wir mal. Longtime Viewer, Firsttime Level Creator. AGDQ. Zuschauer wissen, was gemeint ist. Gut, schauen wir mal. Bufflin. Von Bufflin kenne ich allerdings auch einige. Der macht sehr gute, sehr schwere Level. Ach, das war dieser. Okay. So. Huppapa, 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 da muss ich weiter nach rechts. Taschenrechner Level. Jawohl, die hab ich beim letzten Mal vorge... hab ich beim letzten Mal mal eins gezeigt. Ähm, wo ich auch immer noch nicht ganz verstehe, wie das funktioniert. Da nicht so hoch rüpfen. Okay. Ja, ich finde auch, die AGDQ Level sind alle verdammt gut. Die sind richtig, richtig gut designt. Da sieht man auch, also nur schwer ist halt nicht gut. Man muss schon wissen, wie man etwas schwer macht, wie man es auch gut designt, wie man mit ein paar Indicatorn zeigt, wo es hingeht. Damit da auch so, wenn Leute das Level zum ersten Mal spielen, direkt wissen, wo es lang geht, damit du nicht lange Rätsel rätest. Weil diese Blind-Dinger machen halt unbedingt Spaß. Dieses Ganze ins Ungewisse hüpfen soll ja eigentlich mehr um mehr um Skill gehen, was ich jetzt gerade nicht gezeigt habe. Aber es soll mehr um Skill gehen, als um Glück und einfach nur hauptsache, ihr sterbt. das sei gesagt, aber natürlich gibt es auch Troll-Level. Es gibt auch sehr, sehr gute Troll-Level. Wenn man sich auf Troll-Level einlässt und weiß, was man da spielt, bisschen weiter links, dann kriegt man das auch hin. Wenn man weiß, was man da spielt und sich auf die Trolle einlässt, dann gibt es auch sehr fantastische Troll-Level, die auch teilweise sehr schwer sind. Aber da gibt es auch nochmal eine ganze eigene Welt, die ich so auch noch nicht groß bereist habe. Aber die kann ich auch empfehlen. So, aber das Level vom Gefühl her, würde ich sagen, ist auch machbar. Das Zelda-Level, das ich gesehen habe, also mit Link, äh, ich glaube, das schaffe ich noch nicht. Das ist... Die Link-Level sind auch noch wesentlich technischer, weil man da natürlich noch andere da muss man später hüpfen. Ähm, die sind wesentlich technischer, weil man da mehr Möglichkeiten hat. Allein mit Pfeil und Bogen, dann in der Luft noch und eine Bombe rausziehen und so, da muss man sich noch mehr reinfuchsen. Da bin ich noch nicht so weit drin. Ach ja, ach ja. die sind echt Link, die Level. Fortnox. Sehr gut. Äh, ja. Ja. Der war knapp. Oh. Oh. Den hatte ich, den hatte ich vergessen. stimmt. Den muss man aber auch echt interessant timen. Da bin ich mal gespannt. Aber wenn ich den geschafft habe, dann müsste danach ein Checkpoint warten, wenn ich mich nicht irre. Da hätte man noch einen Indikator-Händel machen können. Ja, das ist richtig. Da, der fehlte. Aber es sollte ja auch, es war ja auch, äh, ich meine, die Level sind designt für acht der besten Super Mario Maker Spieler, äh, die es gibt. Insofern, dass man von denen dann noch ein bisschen was abverlangt. Wundert mich jetzt auch nicht. Das war dumm. Das war dumm. Äh, rentier lucas, ja, hab ich schon gesagt, ich baue nicht wirklich Level. Ich hab noch kein Level gespielt. Ich bin da, ich weiß nicht, ob ich da nicht kreativ genug für bin. Ich hab einmal angefangen mit einem Level. Bin ich nicht weit gekommen. Irgendwie fehlt mir der die Kreativität. Vielleicht, ja, mal auf dem Sender. Ja. Schwierig. Ich glaub nicht, dass da sowas Gutes bei rumkommt. Ich glaube, da macht's mehr Spaß, die geilen Level aus der Community zu spielen, weil da sind so viele Leute, die so geile Level bauen. Aber, ne, man weiß ja nie, was noch so kommt. So. Und jetzt etwas. Hüpfen. Der ist echt fies. Ein Kampagnen-Modus für den Mario Maker wäre wirklich großartig. Also ich find den, den Singleplayer, der ist schon, der ist schon cool. Da sind schon coole Level. Äh, ist aber wirklich ja eigentlich nur das Tutorial, um danach mit den Online-Leveln anzufangen. Das stimmt schon. Ach, das ist... Das Timing ist echt fies. Das Timing. Das muss doch zu schaffen sein. Dumm. Digga MC, früher springen. Ja, früher ist aber auch nicht... Also, man kann ja auch nicht direkt am Anfang hüpfen, weil das Ding, der stockt ja einmal kurz. Ähm, also da muss man schon genau das richtige Timing finden. Ja, nicht... Ja, KIOW nicht warten ist, glaube ich, aber auch schwierig. Also mal so ein Tacken. Also direkt hüpfen ist, glaube ich... Wobei, wenn man schneller fällt, ist die Kanone. Auch wieder wahr. Probieren wir es mal aus. Mal schauen, ob wir das Ding kriegen. Und die Spike-Hitboxen sind wirklich eine Frechheit. dass die, ähm, die sind so viel größer als die Spikes eigentlich sind. Ach, World Warne Warrior, im richtigen Moment springen, das ist... So habe ich es noch nicht betrachtet. Das probiere ich mal aus. Nicht warten. Tatsache. Ach, das gibt es noch nicht. Keine Müdigkeit vor Schützen, das schaffen wir heute noch. Aber ja, äh, korrekt. Nicht warten ist die Lösung. nichts gesehen. Ich frage mich nur, wie sie das gemacht haben, mit dem, dass der, dass der da nochmal kurz stockt, die Kanone. Wenn er da runterfällt, müsste er doch eigentlich direkt durchfallen, aber der stockt da einmal kurz. Wie auch immer sie das gemacht haben. Warrior, die Cartridge hättest du aus dem Fenster geschmissen. Da ist es gut, dass es Downloadtitel sind, weil da müsste man schon die Switch schmeißen und das ist, da hat man dann doch, glaube ich, Hemmung. So. Jetzt machen wir das mal, ne? Läuft hier, Zap, Hüpf, springen, Shell, warten, rüber, Hüpf. Aber wir haben den Checkpoint. Alles cool. Karakusch und Sigüthi. Ja, tot kann ich gleich nehmen beim nächsten Level. Das läuft. Das kam jetzt unerwartet. Okay. Links rum, Münze, Off-Switch, rechts rum. Okay. Alles machbar. Stückchen weiter. Ja, es sind beiden Blöcken, es ist ein Schlüssel. Mal so ein bisschen Spielraum gibt es. Ah, das war gezögert. Das war gezögert. Also der Trick mit nicht warten ist schon ganz guter. Also wirklich, man merkt schon, man muss direkt weitermachen. Nicht groß drüber nachdenken, sondern sich auf seine Instinkte verlassen und einfach durchziehen. Ist in den meisten Fällen dieser Level gut. Oh komm, das Level schaffen wir aber noch. Ach, das war nichts. Das war nix. Das war nix. Skyline ist wie im richtigen Leben. Ja, einfach durchziehen. Von nix kommt nix. Da habe ich nicht umgegengestommen. Mach mal. Haha, Mr. Miesfies. Ja, Grand Pooh World 2. Das ist noch ein bisschen hin. Vor allem bei den Emulatoren, da bist ja dann nochmal, ist ja nochmal eine andere Steuerung als Super Mario World. Lass mich erstmal Super Mario World 11 Exit hinkriegen. Damit komme ich sicherlich dann mal zu Speedrandale. Wenn ich das dann durch habe, dann schauen wir mal. Dann fange ich wahrscheinlich vielleicht mal mit dem Original Kaizo Emulator an. Mal gucken. Ist ja alles noch muss ja alles noch nebenher laufen. Aber ich habe auf jeden Fall Lust. Ich habe Lust. Insofern, das ist die wichtigste Sache. Kriegen wir das alles irgendwie hin. So, komm. Ich will doch noch ein Level zeigen. Lass mich das doch schaffen. Jetzt muss man vor allem aufpassen, dass man nicht aus Versehen Start, Neustart macht, weil es schneller geht. Weil dann hat man den Checkpoint wieder vergessen. Skyline Carl Sagan kenne ich. Gucke ich aber ehrlich gesagt nicht so viel. Also ich kenne ihn und auf seiner Level. Aber vor allen Dingen gucke ich eigentlich Ryuka schaue ich sehr viel und Grand Poo Bear. Das sind meine Go-To Mario Maker Content Creator. Das war gezögert. Okay, jetzt Konzentration. Tunnelblick schaffen das. Puh. Puh. Ah, ein halbes Bier und zwei Kippen habe ich noch Zeit. Ja, ja, es wird wohl nichts mehr noch im Level. Schauen wir mal. Zumindest reinschauen vielleicht, aber wir kriegen das hin. Wir kriegen das hin. Diese, 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 ne? Die Spikes Hitboxen. Kacke, ihr wisst schon. So, jetzt aber. Ah, da hätte ich mehr Anlauf gebraucht. Aber Progress. Der Hobbit-Bottle-Rage-Quit. Ich weiß nicht, ob ich in meinem Leben jemals einen Rage-Quit gemacht habe. Und er ist richtig bei Mario. Also irgendwann sage ich dann so, okay, jetzt habe ich keinen Bock mehr und muss dann Pause machen und sagen, okay, jetzt muss ich das Gelernte erstmal wieder verinnerlichen und dann machen wir da morgen weiter und dann läuft es meistens am nächsten Tag beim ersten Anlauf. Aber so richtig Rage-Quit wird hier raus und auf Tastaturen schlagen. Nee. Ich habe, glaube ich, noch nie Hardware zerstört. Ist auch viel zu teuer. Also, wer macht denn sowas? Wobei die Spikes schon echt nerven. Wie das Gehirn das macht mit dem Lärm im Schlaf? Soweit ich weiß, ist ja das so, dass du die Erfahrung des Tages, dass alles nochmal im Schlaf durchgeht und sich dann halt verarbeitet und dahin packt, wo man es eigentlich braucht. Es gibt zwar das Kurzzeitgedächtnis, aber nachts verarbeitest du es halt einfach nochmal ein bisschen mehr. Und dann hast du es an der Stelle, wo du es wirklich brauchst, anstatt nur im Kurzzeitgedächtnis. Boah, der war... Wo ist er? Okay, gerettet. Der war gezögert, aber alles noch drin, alles noch dran. Diese Spikes, ne? Diese Spikes. Ja, es wird wohl eng. Drei Minuten noch. Komm. Jetzt aber. Jetzt hätte ich fast Neu-Spark gemacht. Das war knapp. Gut. Zu hochgesprungen. Zu hochgesprungen. Danke für die Energy-Chat. Die kann ich gebrauchen. Schaffen das noch zusammen. Mit eurer Energie ist das alles machbar. Checkpoint kommt da nicht mehr, Venkisch. Das ist, äh... Hast du da die Röhre gesehen, da wo ich gerade war? Die ist es. Komm schon. Zwei, drei Versuche haben wir noch. Durch die Röhre ist ein Checkpoint. Ich dachte, danach wäre das Level vorbei. Oh Gott. Danach noch mehr Level. Ich glaube, dann... Dann... Wird das nix mehr heute mit diesem Level. Na, wobei, wenn ich jetzt... Jetzt mach ich das ja hier. Ich meine, ihr seht's ja. Es läuft hier rüber, zack. Und abpipe. So. Tatsache, hier kommt noch mehr Level. Ja, gut. Wir versuchen's einmal. Schauen, wie weit wir kommen. So weit kommen wir. Gut. So viel dazu. Äh... Ja. Den letzten Bereich bleibe ich euch leider etwas schuldig. Ich werde das zu Hause nachholen. Äh... Seid euch sicher, dass ich das irgendwann fertig machen werde. Aber heute wird's wohl nichts. Ja, aber vielen Dank, dass ihr dran wart. Mario Maker 2. Immer wieder ein Vergnügen. Sagt doch mal, sonst schreibt auch gerne mal ins Forum, was für Mario-Content ihr gerne hättet. Ich bin mal eigentlich allem dabei. Ob Speedrun-Training sein soll. Super Mario World 100 Prozent. Mehr Mario Maker 2. Kaizo-Training. Wie auch immer. Äh... Lasst es mich wissen. Vielen Dank, Chat, dass ihr so schön mitgemacht habt. Und jetzt geht's hier weiter mit dem nächsten Ready-Player-Stru-Slot. Insofern räume ich das Feld und sage, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. 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 Vielen Dank.